Im Zauberwald, im Wald der Fantasie, lebt ein weißes Einhorn. Es ist wunderschön und nur besonders gute oder besonders bösartige Wesen können es sehen. Als es hört, dass ein geheimnisvoller roter Stier sämtliche Einhörner vertrieben hat, macht sich das letzte Einhorn auf die Suche nach dem gefährlichen Tier. Zusammen mit dem etwas tollpatschigen Zauberer gerät es in eine wundersame Irrfahrt voller Verwandlungen und Überraschungen. Fantasia, so heißt das neue Motto. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Tanz des deutschen Meisters. Meine Damen und Herren, wir begrüßen lautstark hier kommen Sie! Herzlich Willkommen zu Society! Applaus 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 Ich bin das einzige Einhorn, das es gibt. Das jetzt. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.